Hallöchen, hier ist wieder Katrin von Stempelzone. Mein YouTube-Kanal hat die 1000-Abonnenten-Grenze überschritten und ich freue mich so, so sehr darüber, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, Livestreams mit euch machen zu können hier auf YouTube und das ist mir dann jetzt gegeben mit diesen 1000 Abonnenten. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der mir sein kostenloses Abo geschenkt hat. Wenn du das noch nicht gemacht hast, freut es mich natürlich sehr, wenn du das auch noch nachholst. Die 1000-Abonnenten-Grenze freut mich riesig, deswegen möchte ich für euch natürlich wieder ein Gewinnspiel veranstalten. Ich habe mir verschiedene Stampin' Up-Produkte rausgesucht, die ich gerne an euch verlosen möchte. Und ja, das Ganze soll auch wieder per Schnitzeljagd erfolgen. Das hat euch schon zu Ostern so viel Spaß gemacht und das machen wir jetzt einfach nochmal. Und wenn ihr die Details erfahren möchtet, dann bleibt doch gerne dran. Als erstes interessiert euch sicher, was es zu gewinnen gibt und das möchte ich euch natürlich jetzt auch in diesem Video hier vorstellen. Als dritten Platz, es wird drei Gewinner geben, habe ich zu vergeben, das Stempelset Liebegedanken aus der Sale-A-Bration mit ganz vielen tollen Sprüchen dabei. Als zweiten Platz habe ich zu vergeben, zum Geburtstag für dich mit der wunderschönen Torte und Schriftzügen dabei. Und als ersten Platz natürlich unsere süßen Erdmännchen aus der Sale-A-Bration. Von uns allen das Stempelset. Alle Stempelsets sind neu, also für euch bereit. Falls ihr irgendetwas davon schon haben solltet und zu den Gewinnern zählt, bitte schreibt mir doch eine Nachricht, da werden wir uns dann sicher einig und ich schaue, was ich alternativ dazu finden kann. Die Regeln zur Schnitzeljagd sind denkbar einfach. Ich habe unter drei meiner Videos Emojis versteckt. Die Emojis blende ich euch hier ein. Das sind immer fünf Stück hintereinander. Und wenn ihr in der Infobox diese fünf Emojis gefunden habt, dann lasst ihr mir einen Kommentar und ein Däumchen für das entsprechende Video da, so dass ich weiß, dass ihr die Emojis gefunden habt. Dann kommt ihr wieder zurück zu diesem Video hier. Lasst auch hier ein Like da und schreibt mir hier einen Kommentar rein, dass ihr alle drei Videos gefunden habt. So einfach ist es. Ich werde dann auslosen. Und zwar werde ich das Ganze... Wann werde ich es auslosen? Am 8. Juni. Das dürfte ein Montag sein. Da werde ich mein Gewinnspiel für euch auslosen. Und ich freue mich, wenn so viele wie möglich mitmachen. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen Abonnenten hier für meinen YouTube-Kanal. Ich bin super stolz, das in dieser kurzen Zeit geschafft zu haben. Mitte Dezember ist dieser Kanal hier gestartet. Und ja, ich freue mich, dass es euch gefällt. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Wenn ihr Anregungen, Kritik habt, immer her damit. Ich setze gerne auch Wünsche um. Schreibt mir gerne alles hier in die Kommentare. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.